Liebe Sternfreundinnen, liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zur Astronomie von A bis Z. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In diesem Video möchte ich Ihnen in kurzer Form die wichtigsten astronomischen Koordinatensysteme vorstellen, die uns in der praktischen Astronomie begegnen. Sie kennen sicherlich alle das irdische Koordinatensystem, sei es noch aus dem Erdkundeunterricht oder aus dem Erdatlas oder von verschiedenen Karten. Die Koordinaten, die geografische Breite und geografische Länge, helfen uns, einen bestimmten Ort auf der Erde zu finden. Koordinaten helfen uns aber auch bei der Navigation und sind wichtiger Bestandteil moderner Navigationssysteme und Geräte. Ohne feste Koordinaten für jeden Standort auf der Erde würde keine Navigation, egal ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft funktionieren. Genauso ist es auch am Sternenhimmel. Dort benötigen wir auch Koordinaten, um die Position der Gestirne zu bestimmen, Abstände Zwischengestirnen zu messen, um deren Bewegung zu dokumentieren oder, besonders für den Amateur-Astronomen wichtig, Himmelsobjekte mithilfe der Koordinaten zu finden. In der Astronomie sind verschiedene Koordinatensysteme bekannt, die je nach Verwendungszweck eingesetzt werden. In diesem Video möchte ich mich auf die in der Amateur-Astronomen hauptsächlich verwendeten Koordinatensysteme beschränken. Das einfachste Koordinatensystem ist das Horizont-Koordinatensystem. Dies bezieht sich auf den persönlichen Horizont des Beobachters und kann für ganz einfache Messungen verwenden werden. Azimut und Höhe sind die beiden Koordinaten, die hier Verwendung finden. Der Azimut führt vom Südpunkt entlang des Horizontes nach Westens zunehmend gemessen. Vom Horizont wird die Höhe des Gestirns gemessen. Die Koordinaten werden in Winkelgrad, Bogenminuten und Bogensekunden angegeben. Die Horizont-Koordinaten sind vom Beobachtungsort und der Beobachtungszeit abhängig. Selbst am gleichen Standort verändern sich die Koordinaten durch die Drehung der Erde um ihre Achse ständig. Das Äquator-Koordinatensystem ist das Koordinatensystem, welches uns in der Amateur-Astronomie am häufigsten begegnen. Allerdings gibt es zwei Arten davon. Erstens das feste und zweitens das mitbewegte System. Bezugsebene dieses Koordinatensystems ist der Himmelsequator. Dieser unterteilt die scheinbare Himmelskugel in eine nördliche und eine südliche Hemisphäre. Entlang des Himmelsequators wird vom Himmelsmeridian, also der Verbindungslinie vom Südpunkt über Zenit, Himmelsnordpol bis zum Nordpunkt, der Stundenwinkel gemessen. Vom Himmelsequator aus wird die Deklination, also die Höhe des Gestirns über dem Äquator bestimmt. Alle Gestirne nördlich des Himmelsequators haben eine positive Deklination. Für alle Gestirne südlich davon ist die Deklination negativ. Die Werte für den Stundenwinkel werden in Stunden, Bogenminuten und Bogensekunden angegeben. Die Deklination in Winkelgrad, Bogenminuten und Sekunden. Auch dieses System ist orts- und zeitabhängig, da sich zumindest der Stundenwinkel aufgrund der Erdrotation ständig ändert. Die Deklination dagegen bleibt fest. Das mitbewegte Äquatorsystem unterscheidet sich vom festen Äquatorsystem lediglich darin, dass die Koordinaten entlang des Himmelsequators nicht vom Meridian ausgemessen wird, sondern vom Frühlingspunkt aus. Der Frühlingspunkt ist einer der beiden Schnittpunkte der Ekliptik mit dem Himmelsequator. Zum Zeitpunkt des Frühlingsanfangs steht die Sonne von der Erde aus gesehen genau im Frühlingspunkt. Von diesem wird nun nach Osten entlang des Himmelsequators die Rektaszension gemessen. Die Rektaszension wird ähnlich dem Stundenwinkel in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben. Die Bestimmung der Deklination geschieht wie bereits zuvor beschrieben. Die Rektaszension und die Deklination für ein Gestirn sind orts- und zeitunabhängig, da sich der Bezugspunkt des Systems, der Frühlingspunkt mit den Gestirnen, täglich mitdreht. Über die Rektaszension und Deklination lassen sich Gestirne in einem Teleskop mit äquatorialer Montierung über die Teilkreise für Rektaszension und Deklination einstellen. Das gleiche geht natürlich auch bei modernen Go-To-Teleskopen. Als letztes astronomisches Koordinatensystem soll noch das Ekliptiksystem vorgestellt werden. Es findet in der Beobachtung der Objekte des Sonnensystems vor allem der Planetenverwendung. In astronomischen Jahrbüchern werden die Koordinaten der Planeten auch im ekliptikalen System angegeben. Bezugsebene ist die Ekliptik und gemessen wird wieder vom Frühlingspunkt aus. Von hier wird entlang der Ekliptik die ekliptikale Länge in Winkelgrad gemessen. Von der Ekliptik aus wird die ekliptikale Breite in Winkelgrad bis zum Pol der Ekliptik gemessen. Die Breite nach Norden ist positiv, nach Süden hat sie ein negatives Vorzeichen. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich herausstellen, es ist vor allem das mitbewegte Äquator-Koordinatensystem, das in der Amateur-Astronom verwendet wird. Wir finden es in astronomischen Jahrbüchern, in Himmelsatlanten, Sternverzeichnissen und ebenfalls auf drehbaren Sternkarten. Im Grunde gleicht es unserem geografischen Koordinatensystem. Liebe Sternfreundinnen und liebe Sternfreunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Haben Sie Fragen zu astronomischen Themen, dann schreiben Sie einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Ich wünsche Ihnen viele klare Nächte und spannende Entdeckungen und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Video wieder zuschauen. Ihr Oliver Debus Untertitelung des ZDF für funk, 2017